In Bad Homburg lässt es sich gut leben. Dass dem so ist, liegt auch am Szenelokal Louis VII in der Audenstraße. Die bei Menschen jeden alters angesagte Bar mit Pappfeeling ist der perfekte Ort, um nach einem langen Tag in den perfekten Feierabend zu starten. Für die Chefin der coolen Chillout Lounge Nathalie Reit sind die zahlreichen Besucher nicht nur Gäste, sondern auch gute Freunde. In der gemütlichen Atmosphäre des frisch renovierten Fachwerkbaus fällt es leicht bei leckeren Cocktails und vorzüglichem Gin und Whisky neue Leute kennenzulernen. Das hippe Lokal mit Raucherlizenz ist zudem eine heiße Adresse für legendäre Livemusikevents der rockigen Art. Immer wieder begeistern im Louis VII unterschiedliche Bands und Einzelkünstler das Publikum und sorgen dafür, dass so richtig die Post abgeht. Und wer sich gerne als Karaoke-Star versuchen will, ist hier ebenfalls genau richtig. Das Louis VII in Bad Homburg. Relaxte Unterhaltung mit Stil beanspruchsvoller.